Hallihallo ihr Lieben, ich knüpfe an mein vorheriges Video bezüglich Rückführung mal an, da ich vor ein paar Tagen ein Gespräch hatte, wo ich dann dachte, okay, das sollte man vielleicht mal ein bisschen mit aufgreifen. Und zwar, kennt ihr Familienaufstellungen? Wenn ja, wie findet ihr es? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Würdet ihr es machen oder würdet ihr es nicht machen und jeweils warum? Ich weiß nicht, ob es jetzt so sinnvoll ist, dass ich jetzt gleich mein Statement dazu gebe oder ob ich ein extra Clip vielleicht dazu mache, weil wenn ich jetzt hier mein Statement dazu gebe, ja, könnte es auch ein bisschen quasi beeinflussend wirken, was ich ja nicht beabsichtige. Ich lasse es dadurch einfach so stehen. Mich würde interessieren, kennt ihr Familienaufstellungen? Ja? Nein? Wie fandet ihr es? Was denkt ihr darüber? Findet ihr es gut? Findet ihr es schlecht und jeweils warum? Okay, in diesem Sinne erst einmal, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Abend und ich werde dazu einen zweiten Clip machen, wo ich mein Statement entsprechend wieder abgebe. Alles klar, bye, bye!